Musik Was an dieser Schule sehr besonders ist und was ich an der Schule sehr schätze, ist der Klassenzusammenhalt in den Klassen, aber auch den Klassen untereinander. Das Sinsendorf-Gymnasium ist ein sehr guter Ort zum Arbeiten. Dass sie einfach hier einen Ort haben, an dem sie sich wohlfühlen und auch geborgen und angenommen fühlen. Ich finde die Lernatmosphäre sehr gut und die BDF-Zeiten sind praktisch, weil wir da Hausaufgaben machen können, die nicht so viel zu Hause machen müssen. Das gute Miteinander mit den Kollegen und auch den Schülern. Für mich selber hat die Schule einen sentimentalen Wert, weil ich hier schon vor 15 Jahren gearbeitet habe und immer noch gerne hier bin. Es ist christlich, das ist sehr wichtig. Die Andachten und Schulgottesdienste, weil man sich einfach nicht mal von anderen Schulen unterscheidet. Schule ist klein, aber fein. Ich hoffe, dass es ein Ort ist, wo man gerne lernt. An unserem evangelischen Sinsendorf-Gymnasium Hernuth lernen derzeit 330 Schüler und Schülerinnen, die von 38 Fachlehrern unterrichtet werden. Die Eltern schätzen die Qualität der pädagogischen Arbeit, die auf einem christlichen Menschenbild basiert. Jeder Schüler soll in seiner Entwicklung individuell begleitet, gefördert und gefordert werden. Schon Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf wollte die Erziehung der Kinder und Jugendlichen am christlichen Glauben orientieren. Auch heute gehören an unserer Schule noch religiöse Traditionen, zum Beispiel wöchentliche Annachten und besondere Schulgottesdienste zum Schulalltag dazu. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Gottes Heiliger Geist ist die Kraft, die uns Mut macht zum Leben, jeden Tag neu. Nur weil er nicht an Jesus glaubt und hat uns gesagt, hege ich sogar große Sympathien für die Jünger des bliebenden Spaghetti-Monsters. Aber das ist eine andere Geschichte. Und diese Reformation ist maßgeblich mit dem Namen des tschechischen Reformators Jan Hus verbunden. Sowohl Lehrer als auch ehemalige Schüler betonen die familiäre und persönliche Atmosphäre unserer Schule. Man hat schon gemerkt, die Lehrer waren um einiges entspannter, als wie die Schule gewachsen ist. Und dennoch haben wir hier den unglaublichen Vorteil genossen, dass die Lehrer eben wirklich nicht von 10.000 Klassen umgeben sind, sondern halt wirklich jeder seine Klasse auch ein Stück weit kennt und weiß, was mit denen los ist. Und daher können die Lehrer auf die Schüler auch ganz anders eingehen. Mir gefällt am meisten die Arbeit mit den Kindern und mit den Jugendlichen. Ich finde, junge Leute sind wunderbare Wesen, mit ihnen macht das Spass, die Arbeit. Es ist immer lebendig und das gefällt mir am meisten. Ich habe im Jahre 2002 angefangen und bis zu dem heutigen Tag habe ich das nie bereut, dass ich hier bin. Und ich werde das nie bereuen, das heisst ich schon, weil ich mich sehr wohl fühle. Die Arbeit mit Kindern macht Spaß. Ich habe tolle Kollegen. Herr Nuth ist schön. Also das sind alles Sachen, die mich dazu führen, dass ich hier bleiben will und bleibe. Praxisorientierter Unterricht wird an unserer Schule groß geschrieben. Anhand von Experimenten und spielerischen Elementen wird den Schülern der Lernstoff anschaulicher vermittelt. Wir haben ja jetzt seit diesem Schuljahr endlich einen Kunstleistungskurs. Bisher hatten wir ja nur immer einen Grundkurs. Und ich finde das sehr gut, dass halt das kreative Potenzial, was bei einigen Schülern wirklich vorhanden ist, jetzt auch zum Abitur eingebracht werden kann. Und dass die Schüler, die den gewählt haben, auch für ihre berufliche Perspektive nochmal einen ganz anderen Rahmen haben, um sich mit der Kunst und mit künstlerischen Fragen auseinandersetzen zu können. Für die Klassen 8 bis 12 gibt es ein Konzept zur Berufs- und Studienorientierung mit zahlreichen Partnern. Vielfältige Möglichkeiten, eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten zu testen, bieten die Schulpraktiker bei regionalen Firmen und Einrichtungen. Und das Praktikum soll uns ja Einblicke geben, wie vielleicht später unser Beruf ablaufen wird. Naja, ich möchte auf jeden Fall die Menschen, die Bewohner besser kennenlernen und auch eine Geschichte irgendwie von denen hören, warum sie sich entschieden haben, hierher zu kommen oder warum sie halt hierher mussten. Ja, genau. Ja. Also, die sind eigentlich alle sehr nett und helfen mir auch immer, wenn ich Probleme habe oder was nicht mehr weiter will. Da wird mir dann immer sofort weitergeholfen. Es ist mal so, mal so. Also, es ist extrem anstrengend, aber es macht auch Spaß. Ja, manchmal muss man schon ein bisschen durchgreifen, weil sie nur auf sie hören, aber eigentlich macht es Spaß. Auf jeden Fall habe ich jetzt sehr viel gelernt, wie das funktioniert mit den Druckern und mit der ganzen Technik und ja, auf jeden Fall sehr spannend. Am Anfang ist es halt ungewohnt und man muss sich erst mal reinfinden, aber im Endeffekt ist es eigentlich gut. Neben dem Unterricht können sich die Schüler freiwillig in Ganztagsangeboten engagieren. Zum Unterricht gab es halt viele verschiedene Angebote, wie den Schülergebetskreis oder das Schülercafé, wo ich aktiv mitwirken konnte und auch einiges bewegen konnte und was mich auch ein Stück weit zu dem gemacht hat, der ich jetzt bin. Außer dem Schülercafé gibt es auch noch weitere Ganztagsangebote, zum Beispiel Volleyballspielen und die Tanz-AG. In dieser Arbeitsgruppe treffen sich Schüler, um gemeinsam ihre Freude am Tanzen und der Musik auszudrücken. Musik Herr Gruner, ein Sportlehrer unserer Schule, arbeitet bereits seit 35 Jahren hier am Schulstandort Hernuth. Unter anderem entwickelte er die Idee für ein Skilager. Wir haben voriges Jahr das 20-Jährige-Juwiläum gehabt für das Winterlager Klasse 7. Dort ist die Klassenfahrt organisiert worden mit Klassenleitern und Sportlehrern für die Skiausbildung und damit Grundlagen zu legen für dann den Skikurs Klasse 11 Südtirol. Und da haben wir demnächst das 20-Jährige-Juwiläum. Ein weiteres Projekt, welches er mitgestaltet, ist der jährliche Spendenlauf der Schüler und Lehrer. Wir hatten vor ca. 8 Jahren die Idee aufgegriffen vom Nachleckverband und der Welthungerhilfe, einen Sponsorenlauf mitzugestalten, sodass die Aufgabe darin besteht, dass Schüler sich einen Sponsor oder mehr Sponsoren suchen und eben klar machen, mein lieber Sponsor, ich schränke mich an für eine Aktivität. Und was bist du dann bereit, mir pro Kilometer Laufleistung zu zahlen? Unser Schulalltag bietet auch viel Raum für weitere Projekte. Besonders auf die Zusammenarbeit mit Behinderten und alten Menschen legen wir Wert. Zum Beispiel gestalten jüngere Klassen Andachten im Anna-Nitschmann-Altersheim. Dass ihr zwischen uns gesessen habt, das hat mir gefallen. Im ersten Moment ist es schon ein bisschen schwierig, erst mal in Kontakt zu kommen, aber wenn man erst mal am Tisch sitzt, dann geht es mal relativ gut. Vielleicht den besseren Umgang mit den Menschen und dass man sie besser versteht oder kennenlernt. Wege des Herrn sind gerade und die Gerechten gehen auf ihn. Aber die, die sich vergehen, kommen auf ihn zu Fall. Es ist den älteren Leuten gefällt. Mir hat es gefallen. War erfrischend. Eine gute evangelische Schule hat einen hohen Leistungsanspruch und will, dass jeder Schüler tatsächlich zu seiner individuellen Spitze geführt wird. Wir unterrichten nach den Lehrplänen und nach der Stundentafel Sachsens und führen wie jedes andere Gymnasium unsere Schüler zum sächsischen Zentralabitur. Unser Plus steckt tatsächlich in dem kleinen Wörtchen evangelisch. Evangelisch bedeutet, wir haben eine vertiefte religiöse Bildung. Wir erziehen nicht zum Glauben, sondern aus Glauben. Eine weitere Besonderheit ist, dass wir eine Lernzeit haben, unsere sogenannte Bist du Fit Zeit, in der Lehrer über den Unterricht hinaus als Ansprechpartner da sind und in denen zum Beispiel auch Lernpatenschaften gebildet werden können. Neben Undine Beensch als pädagogische Schulleiterin ist Katrin Vilschke für die wirtschaftliche Leitung zuständig. Sie ist bereits seit der Entstehung unserer Schule an deren Entwicklung beteiligt und erinnert sich an die Anfänge von 2005. Damals noch in anderen Schulräumen, die wir uns mit der Musikschule geteilt haben. Und aufgrund ganz, ganz vieler Spenden, die uns letzten Endes noch erreichten, konnten wir dann wirklich mit 15 Schülern 2005 in den Schulbetrieb starten. Nach der endgültigen Schließung des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums konnte der Ausbau des Zinzendorf-Gymnasiums am jetzigen Standort beginnen. Sodass wir über Nacht vom 31. Juli auf den 1.8. 2008 Gebäudeeigentümer geworden sind, mit unseren damals drei Klassen und 65 Schülern in das Haus gezogen sind, 50 neue Fünftklässler aufgenommen haben und 90 Schüler vom staatlichen Gymnasium behalten haben, sodass wir über Nacht plötzlich ganz groß geworden sind. In den letzten Jahren des Bestehens hat sich unser Gymnasium in eine zukunftsweisende Bildungseinrichtung entwickelt und dies soll auch in einer baulichen Veränderung zum Ausdruck kommen. Die Zukunftsvision ist für dieses Gymnasium eben ein christliches Gymnasium, das einzige im Landkreis Görlitz, weiter zu fördern, aufzubauen, in seiner Zweizügigkeit auch zu erhalten. Dieser hier sich präsentierende Schulbau ist ja ein Typ Dresden aus DDR-Zeit, ein Plattenbau, der wärmetechnisch und aus anderen Gründen und auf nicht gewachsenem Boden, sondern auf ruinösem Boden, teilweise damals errichtet, kein Jahrhundertbauwerk sein würde. Wir freuen uns auf den Neubau der Schule, womit auch den nachfolgenden Schülergenerationen ein modernes und zukunftsorientiertes Lernumfeld ermöglicht wird. Mein erster Eindruck von der Schule ist, dass es eine sehr engagierte Schulgemeinschaft ist, aus Schülern, Lehrern und auch Eltern, die eine große Zukunft vor sich haben, gerade baulich auch gesehen, aber inhaltlich auch sehr viel Wert legen, auf Schulprojekte, auf guten Unterricht und das, was die Schule ausmacht, auf den ersten Blick. Lass deinen Segen beständig ruhen, auf allem Denken und unserem Tun. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020